Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher Teil 3. Wir befinden uns hier wieder auf der Baronsfestung und wollen uns mal das Zimmer von Ciri anschauen. Das ist nämlich eine kleine Nebenquest, die hier aktiv wurde. Das hätten wir schon längst machen können. Dann schauen wir uns das nochmal an. Das hier ist das Zimmer. Ciri war also hier. Das sollte doch schnell erledigt sein. Ein Kreisel. Spielzeug von Kretka. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Unnatürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Das heißt, wir müssen das Buch den Händler ausfällig machen von dem Buch. Geh zur Küche, sprich mit Kretka. Okay. Das Buch lesen wir gleich. Tötest du die Monster? Alle? Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Das war das Mädchen, was er aus dem Wald mitgenommen hat. Ich habe dein Spielzeug gefunden. Erkennst du das? Mein Kreisel? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciri's Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Was hat Ciri noch gesagt? Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frage mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welcher Freund? Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Hm. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Einen grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut. Zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Mhm. Ciri wollte einem Freund... Was meinst du mit wer? Das hatten wir schon gesagt. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Das hat uns nicht wirklich weitergeholfen. Schauen wir uns mal dieses Buch an. An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf Laguerre oder so ähnlich. Kulturminister des Königreichs Demerien. Visima 1265. Wer da meint, dass sich in Flüschen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der von dem Fluch getroffen wurde oder Zeit mit dem Philopoten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Hm, eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Visima. Könnte das was mit dem Fluch zu tun haben? So, auf jeden Fall wieder gute Erfahrungspunkte. Die habe ich echt lange schon aufgehabt, die Quest, die hätte ich mal machen sollen. Hören wir mal an Krimskrams ein, warum nicht? Dann reden wir doch mal mit dem Baron. Hier lang, wieso? Ich wollte gerade sagen, das ist doch plötzlich. Ah, der Baron ist beim Grab, deswegen. Ja gut, deswegen raus. Halt, war das hier? Nein, war es nicht. Da ist die Abzweiger. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Hexer, auf ein Wort bitte. Mhm. Was gibt es? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuesten sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitz nur da. Mhm. Mhm. Ich höre, der trauert. Noch mal ein paar Zutaten sammeln. Können ja gerade mal ein bisschen ernten. Hier sind so viele. Dahinter wollte ich ja. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten. Hab ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da? Die Gefüllten? In Sirikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Wir müssen über deine Familie reden. Es ist immer hart, wenn Angehörige sterben. Ja, Mund haben wir ein bisschen auf. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Wir müssen über deine Familie reden. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohl auf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntöpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Komm nicht in Frage. Klar, das können wir machen. Weitere Quest. Obwohl, wenn ich sage, kommt nicht in Frage, vielleicht gibt er mir dann dafür Geld. Ach komm, ich gehe zu ihr. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redania sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst. Wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciri's Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmals-König-Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Und ob, ausgezeichnet Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Kearmoor. Geh mir ein bisschen an. In Kearmoor hin. Dort gibt es eine Hexerschule, ja. Aber, soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ich bin die Ausnahme. Ich bin keine Hexerin. Stimmt, du bist keine Mutantin. Ich bin keine Hexerin. Ich bin nur dort aufgewachsen. Glaube ich dir aufs Wort. So wie du das Schwert schwingst. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen. Ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen. Nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst. Kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Angst vor dem Rennen. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Oh. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst. Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Sonnenaufgang. Wählen nördliches Temerien. Möge der Schnellere gewinnen. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen. Tja, hoffentlich geht das nicht schief. Los, Ciri. Mach uns keine Schande. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Ich muss auf der Linie bleiben. Ist das richtig? Ich hoffe. Zeig ihr, wie es geht. Das ist aber schlecht. Er hält die ganze Zeit mit. Und die Pferdausdauer lässt ja auch nach. Was passiert, wenn die ganz weg ist? Dann schreut sie. Sollte ich da mal anders reiten. Das werden wir ja sehen. Haha. Du bist der Wind. Keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Ehrlich, aber warum? Vielen Dank. Was? Noch eine Chance zu gewinnen. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Du Arsch. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge. Ich werde auch Anna finden. Oh, wir können sogar Gwind gegen ihr spielen. Hast du von den Hexen in der Nähe gehört? Genau, gerade schon mal alles durch. Die Gerüchte der Bauern geb ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles. Überall auf ihren Wegen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein themerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Besatteure oder gebrochene Männer schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die Nilfgaardische Garnison vor Ort, sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Ja, Quint wollen wir erstmal nicht spielen. Bis dann. Nach Ochsenfort müssten wir jetzt. Das würden wir erstmal nicht machen. Wieder eine Kassi. Warte, Hexer! Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Ein Püppchen. Eine Stoffpuppe? Mhm. Hier ist eine Ahnung von Schleifstein. Glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können's mit 40 aufnehmen? Na klar. Ich wollte schon. Hey Jungs! Gewürm. Kannst du mal losziehen und uns die Bestie vorknöpfen? Es wird schon Abend. Schau mal kurz die Quest rein. Das ist auf 6 hochgegangen. Das ist auch auf 6. Wir machen die wieder abwechselnd. Jetzt habe ich nur die Befürchtung, dass wenn ich das eine mache, das andere gar nicht machen muss oder kann. Nicht, dass sie sich überschneiden. Und beides führt mich vielleicht zum Ziel. Das wäre schade, wenn eins nicht beendet werden könnte. Müssen wir mal gucken. Wildes Herz. Hier. Fall des Hauses Stücker. Das sollten wir vielleicht als nächstes machen. Gerards weitere Reise durch das ländliche Willen führte ihn auch ein Dorf namens Lindenthal. Dort traf er eine grabengebeugte alte Frau. Was war der Grund ihres Kummers? Sie war auch dort los. Ein Monster hatte in ihrem Familiensitz sein Nest gebaut und sie gezwungen, sich etwas zu mieten, bis sie sich das nicht mehr hatte leisten können. Nun bat sie Gerd, ihr Haus von der Bestie zu befreien. Zum Dank gab sie ihm ein kostbares Objekt, den Schlüssel zu einer Truhe, in der sich angeblich all ihrer Sparnisse befanden. Gera konnte seine Hilfe der einer alten Dame in Not nicht verwehren. Erst recht nicht, da sie ihn so stattlich entlohnen wollte. So beschloss er zu tun, worum sie ihn bat. Das machen wir doch glatt. Oh, hier ist auch nochmal ein Anschlagbrett. Das sollten wir uns anschauen. Es scheint das neue Quest zu geben. Ah, Lindenthal. Dann begeben wir uns gleich mal hin. Waren wir da noch gar nicht? Ich glaube, da waren wir sogar schon gewesen. Wollen wir mal was Neues bekommen? Ah, da hinter mir ist sie erschienen. Plötzchen, komm her. Alter Hauding. Oh. Ist gar nicht da ausgegangen. Los, los. Komm schon. Womit hab ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst. Ganz ruhig, Leute. Einmal nach Lindenthal. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis demnächst. Euer Chojin.